Der NABU, herzlich willkommen! Vielen Dank! Vielen Dank für die Möglichkeit, hier uns vorzustellen. Ich bin hier in Vertretung für den NABU Friedberg und ich möchte einfach nur mal vorstellen, was der NABU Friedberg hier alles so unternimmt, veranstaltet. Wir haben im Prinzip drei größere Projekte, die hier in Friedberg laufen. Wir haben einmal die Blühwiesen, die wir versuchen zu intensivieren. Also das heißt, wir wollen Blühflächen, nicht mehr nur mit Gras, sondern auch mit vielen Blumen, so wie es früher halt mal war. Das zweite Projekt, was wir eben schon hier angesprochen haben, ein Dauerprojekt ist unser Eulenturm. Wir haben den alten Travoturm in Dorheim umgebaut zu einem Quartier für Vögel, für viele Vögel. Es hängen außenrum Nistkästen, die gut besucht werden von unseren kleineren Vögeln. Wir haben im Sommer auch Fledermäuse oben im Turm und die Hauptattraktion unseres Turmes sind die Schleiereulen. Wir haben seit 2019 immer wechselnd ein Brotpaar Schleiereulen oben im Turm und haben mittlerweile die ganze Zeit jetzt 19 junge Schleiereulen großgezogen. Die Schleiereule ist ja ein sehr gefährdetes Tier hier bei uns in der Wetterau. Wir haben in der Wetterau nur noch vier andere Brotpaare, wovon dieses Jahr nur ein einziges Brotpaar, nämlich unser Brotpaar im Dorheimer Eulenturm, Junge großgezogen hat. Und das ganz große Projekt ist unser NABU-Erlebnispunkt im Dorheimer Winger. Da sind die angeschlossenen Streuobstwiesen und wir pflegen die Streuobstwiesen, die alten Obstbäume. Und damit die Leute auch wissen, was man mit den alten Obstbäumen so machen kann, was man ernten kann, haben wir an unserem Stand ein paar Beispiele mitgebracht. Naturreinen Apfelsaft, auch Apfelwein und auch Fruchtaufstriche von unseren Streuobstwiesen. Das heißt, das ist alles von Obst oder Kräutern gemacht worden, die hier bei uns in der Gegend wachsen. So, dann vielen Dank, würde ich sagen. Ihr macht ganz schön viel. Besucht den Stand da im grünen Stand. Und probiert alles, was es da zu kaufen gibt. Sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank. Wir finden es ganz toll, dass ihr heute hier seid und ein ganz wichtiges Zeichen für Naturschutz, für, ja, gegen den Klimawandel einbringt. Und ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Wichtiger eigentlich als alles andere, weil ohne ein gesundes Klima ist Leben nicht mehr möglich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Der NABU Friedberg. Euer Christian Wettbewerb host